Vielleicht treibt es Peppa ein bisschen zu arg mit Schorsch. Peppa, hast du Schorsch geärgert? Nicht in echt, Mama. Ich bringe ihm nur bei, wie man fängt. Wirklich? Gut, ich kenne ein Spiel, bei dem man fangen lernen kann. Schweinchen in der Mitte. Peppa, du nimmst den Ball und gehst da rüber. Und du, Schorsch, stellst dich hier hin. Gut, ihr müsst jetzt den Ball einander zuwerfen. Und ich versuche ihn zu fangen. Ich bin das Schweinchen in der Mitte. Mami, ist das Schweinchen in der Mitte. Fang, Schorsch. Oh, verpasst. Schorsch hat den Ball gefangen. Hurra! Prima, Schorsch. Nun wirf mal den Ball zu Peppa. Ups, nochmal. Oh, nochmal. Schorsch kann den Ball nicht an Mama Wutz vorbei werfen. Komm schon, Schorsch. Wirf den Ball zu mir. Dummer, Schorsch. Das kann ich doch auch. Peppa möchte das auch mal ausprobieren. Aber sie ist zu groß und bleibt stecken. Hab ihn! Schorsch, du bist das Schweinchen. Schorsch, fang! Fang den Ball, Schorsch! Fang, Schorsch! Schorsch, fang! Hier ist der Ball, Schorsch. Schorsch! Oje! Peppa, du sollst Schorsch nicht so ärgern. Entschuldigung, Schorsch. Na, was macht ihr Schönes? Papa, Schorsch kann leider noch nicht Schweinchen in der Mitte spielen. Oh, ich bin sicher, er schafft es. Tut er eben gar nicht, Papa. Guck. Fang ihn, Schorsch. Hurra! Das ist unfair. Ist es nicht. Ich habe Schorsch nur etwas geholfen. Mama, kannst du mir auch etwas helfen? Aber natürlich, Peppa. Hör her, Schorsch. Fang doch, Schorsch. Peppa spielt gerne Ball. Schorsch spielt auch gerne Ball. Alle spielen gerne Ball. Und schon hat Peppas Fahrrad keine Stützräder mehr. Sag mal, willst du wirklich ohne die Stützräder fahren? Ja! Kannst du das denn schon? Jawohl, ich kriege das ganz bestimmt hin. Ah! Das ist nicht witzig. Es ist ganz schön schwierig, ohne Stützräder zu fahren. Brauchst du Hilfe, Peppa? Au, ja, Papa. Okay. Achtung, fertig, los. Lass nicht los, Papa. Keine Sorge, ich hab dich. Du bist schon richtig gut, Peppa. Halt fest, Papa. Ho, ho, ho. Weiter strampeln. Peppa fährt ganz allein, ohne Stützräder. Papa, wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren. Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Peppa. Wirklich? Oh, ich kann's, jippie. Alle mal hergucken. Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren. Brr, brr. Klausi, Luzi, Luisa, schaut mal. Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los. Könnt ihr es sehen? Hurra! Wer das Erste beim Kürbis ist? Peppa, hey, Achtung, der Kürbis. Ich bin die Schnellste. Peppa schaut nicht, wo sie hinfährt. Waaah. Ah. Oh. Oh je, Peppa hat Papas Kürbis zermatscht. Tut mir leid, Papa, jetzt ist er kaputt. Der Kürbis ist egal. Hauptsache, du bist nicht kaputt. Von jetzt an passt du aber auf, wohin du fährst. Okay, das mache ich, Papa. Gut. Nun ja, jetzt wo der Kürbis kaputt ist, können wir hier einen Kuchen daraus backen. Au, ja, Kürbiskuchen. Peppas Freunde sind auch da. Luzi Locke, Luisa Löffel, Molly Mietze, Klausi Kleff und Pedro Pony. Kinder, wir haben einen neuen Schüler. Peppa Wutz. Nun, Peppa, lauf zu deinen Freunden. Peppa, lauf zu deinen Freunden. Peppa, lauf zu deinen Freunden. Mit Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Die Ballettstunde macht eine Menge Spaß. Hebt eure Arbe. Stellt euch vor, ihr wird ein sehr schöner Schwan. Und was für ein Geräusch macht so ein schöner Schwan. Arbe. Guap, guap, guap. Mä, he, he. Mäu. Nee. Prrr. Ho, ho. Nee. Nee. Arte und Anmut. Früher mit Mama auch Ballett getanzt. Pass lieber auf, Papa Wutz. Am besten waren wir empathit. Hoppla! Ich hatte es anders in Erinnerung. Dummer Papa Wutz. Überlassen wir das Ballett doch lieber Peppa. Ja, denn ich kann es am besten. Ich bin ein wunderschöner Schwan. Zum Glück muss ich nicht trainieren. Ich bin natürlich fit. Du siehst aber nicht sehr fit aus, Papa. Dein Bauch ist ein bisschen dick. Ich bin sehr fit. Ich zeig's dir. Was soll ich zuerst machen? Deine Zehen berühren. Guck, so. Das ist leicht. Papa, hör auf so zu tun, als könntest du das nicht. Ähm, ich tu aber nicht so, Peppa. Papa Wutz kann seine Zehen wirklich nicht berühren. Oh je, Papa. Das ist aber nicht sehr gut. Hm, vielleicht sollte ich doch etwas trainieren. Ja, Papa. Und ich beginne gleich mal. Papa Wutz, du musst mit dem Training jetzt anfangen. Oh. Keine Sorge, Papa. Ich helfe dir dabei. Oh. Na gut. Peppa, du wirst meine Trainerin. Was soll ich zuerst machen? Zuerst machst du ein paar Liegestütze. Das ist leicht. Eins. Zwei. Fertig. Sehr gut, Papa. Und jetzt machst du davon... Einhundert. Einhundert? Ja. Kommt, Kinder. Helft mir beim Kochen. Ich helfe auch. Nein, Papa. Du musst noch einhundert Liegestütze machen. Oh. Eins. Zwei. Zwei. Mama Wutz, Peppa und Schorsch bereiten in der Küche das Essen vor. Papa Wutz macht immer noch Liegestütze. Papa macht das sehr gut. Neun. Ja. Ich hoffe nur, er übertreibt es nicht. Ich gehe mal nachsehen. Dreizehn. 14, 15, 16, 17. Papa Wutz, du schummelst. Du solltest doch Liegestütze machen. Oh. Äh, da war gerade was Interessantes im Fernsehen. Schlimmer, Papa. Eins. Zwei. Los. Du bist zu früh gestartet. Hol mich doch ein, Wasserschwein. See, bunt. Und du kannst nicht schneller als so. Du kriegst mich nicht. Gewonnen. Oh je, das Boot von Opa Wutz hat kein Benzin mehr. Sehr schlau, Käpt'n Opa. Vielleicht bin ich doch ein bisschen schnell gefahren. Wie kommen wir nach Hause? Guckt mal, da ist Opa Clef. Opa Clef kann uns abschleppen. Ich lasse mich doch nicht von diesem Seehund abschleppen. Wer sagt, dass ich dich abschleppen würde, Wasserschwein? Ach, werdet ihr denn nie erwachsen? Opa, entschuldige dich bei Opa Clef. Entschuldige, dass ich dich Seehund genannt habe. Opa, entschuldige, du dich bei Opa Wutz. Entschuldige, dass ich dich Wasserschwein genannt habe. So ist gut. Opa Clef, kannst du uns nach Hause abschleppen, bitte? Es wäre mir ein Vergnügen, Madame. Fang das, Käpt'n. Ei, ei, Skipper. Opa Clef ist der allerbeste Freund von Opa Wutz. Opa Clef schleppt das Boot von Opa Wutz nach Hause. Der nächste Wettkampf ist der Weitsprung. Schorsch und Linus wollen herausfinden, wer weiter springen kann. Schorsch, renn so schnell wie du kannst und dann spring so weit wie du kannst. Schorsch, auf die Plätze, fertig, los. Schorsch ist gesprungen, so weit er konnte. Und jetzt ist Linus' Löffel dran. Wenn Linus' nicht Anlauf nimmt, dann wird er nicht weit kommen. Linus' Löffel, auf die Plätze, fertig, los. Linus' Löffel ist weiter gesprungen als Schorsch. Der Gewinner ist Linus' Löffel. Hurra! Schorsch, vergiss nicht. Nicht, dass Gewinn zählt, sondern dass dabei sein. Als nächstes kommt der Staffellauf. Jedes Kind läuft mit einem älteren Teil zusammen. Peppa, nimm mich, nimm mich. Aber Papa, du bist im Rennen nicht gerade der Schnellste. Als junger Schwein war ich einfach unschlagbar. Aber jetzt hast du einen Dickbaum. Aber ich komme noch an meine Zehen. Beiner! Schon klar, Papa. Aber bitte rennen, so schnell du kannst. Als erstes laufen die Mamas und Papas. Dann übergeben sie den Kindern ihren Stab. Mamas und Papas, auf die Plätze, fertig, los. Schneller, Papa! Schneller, Papa! Papa Wutz führt. Lauf, schneller, Papa! Danke, Papa. Das war sehr gut. Jetzt muss ich die Staffel nehmen. Peppa, nicht reden! Lauf! Auf! Miau! Nein! Schneller, Peppa! Schneller, Peppa! Der Sieger ist Emily Elefant. Hurra! Alle Kinder bitte an den Start kommen. Alle müssen so schnell rennen, wie sie können. Ich glaube, ich gewinne. Ich bin nämlich sehr schnell. Ich renne schneller als du. Auf die Plätze, fertig, los. Ich schaffe mindestens 100 Kilometer pro Stunde. Und ich mindestens eine Million Kilometer pro Stunde. Peppa, Luzi, nicht reden. Lauf! Oh! Luisa Löffel führt. Oh je, Peppa und Luzi liegen weit zurück. Schneller, Luzi! Schneller, Luzi! Schneller, Luzi! Luisa Löffel hat gewonnen. Und Peppa und Luzi sind die Letzten. Die Gewinnerin ist Luisa Löffel. Löffel! Hurra! Danke schön. Schorsch, willst du nicht auch Eis laufen? Nein! Komm schon, Schorsch. Das macht Spaß. Ich zeig's dir. Also, zuerst musst du... Schorsch! Schorsch, komm zurück. Ich bring dir bei, wie man Eis läuft. Was für eine Überraschung. Schorsch kann wunderbar Eis laufen. Boah. Guckt mal, Schorsch. Schon sehr gut, Schorsch. Jetzt musst du nur noch lernen, wie man bremst. Gut gemacht, Schorsch. Ganz fantastisch, Schorsch. Ja, das hast du sehr gut gemacht, Schorsch. Für deine erste Stunde. Also, dann, los geht's. Ja! Peppa und Schorsch lieben Eislaufen. Alle lieben Eislaufen. Mama und Papa haben mir Eislaufen beigebracht. Und ich dann Schorsch. Das ist ja unmöglich. Ich will überhaupt nicht mehr Eislaufen. Und damit Schluss. Mach dir nichts draus, Peppa. Jeder rutscht doch mal aus beim Eislaufen. Sogar ich rutsche aus. Guck mal. Hopsala. Dummer, Papa. Schorsch, willst du auch Eislaufen? Nö. Schorsch war noch nie Eislaufen und er hat ein bisschen Angst. Ich passe auf Schorsch auf und du zeigst Peppa, wie man Eisläuft. Eislaufen ist ganz leicht, Peppa. Du musst einfach mit den Füßen schieben und gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Siehst du? Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Das ist einfach. Jetzt kann ich's schon alleine, Mama. Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Gut gemacht, Peppa. Guck mal her. Ich kann Eislaufen. Peppa macht das richtig gut. Ja, ich bin ja auch eine gute Lehrerin. Langsam, Peppa. Du fährst noch jemanden um. Keine Sorge, Mama. Ich bin eine gute Eisläuferin. Oh, wo sind denn die Bremsen? Oh weh. Ich hab vergessen, ihr das Bremsen beizubringen. Oh. Ah, ich kann nicht anhalten. Pass auf. Mama hat dir das Eislaufen gezeigt, aber ich hab dir gezeigt, wie man hinfällt. Ja, und ich bin schon richtig gut im Hinfallen. Ja, ich bin schon richtig gut im Hinblick auf. Ja, ich bin schon richtig gut im Hinblick auf. Ich bin schon richtig gut im Hinblick auf.